mach nochmal ach stell du dich mal da drauf ich muss hier drauf da muss halt auch was sein zum einen frieden da muss ich auch was sein zum einstehen nein wenn man nicht rüber du musst denn jetzt machen ich bin tot das ist mir egal macht ihn jetzt warum kommt sie dann nicht rüber mit ihrem flitzen was soll denn das ein schweinkram das war vielleicht ein bisschen überdimensionen für die drei gegner ich habe echt viel reingepackt das stimmt Tornado wo bin ich? das hast du ich bin der mit runter gefallen wir sollten hier runter ja easy ach komm als ob das nicht geschafft wurde hier habt ihr gesehen wie ich da schon ich bin drüben easy ich bin drüben ich bin drüben aus der fucking bahn du musst da durch du musst da durch du musst da durch ich bin drüben ich bin drüben oh god ich bin drüben ich bin drüben ja hauptsache alles ist gut was hier ist los der nimmt ja gar kein damage der ist ja auch gepanzert ja hauptsache ach ja okay du kannst feuer aber allgemein einfach ach so aber gegen die ketten wenn ich von hier das unter dir Ist jetzt einfach gegen die Wand gerannt? Offenbar Tod und Leid Ich bin da reingefallen Tschüss Richtig schlagfertig Was ist das eigentlich für ein Krummsäbel, ey? Oh mein Gott, das ist ja Chessboards alive Come on, gods, let's dance That doesn't look good Tod und Verderben für die Königen Ach du Scheiße Die Springer sind da Aua Ach du Scheiße Die Läufer Hat sich ausgelaufen Tod und Verderben Er ist tot Nieder mit dem Königreich Wie konnte er das genauso wie bauen? Oh, great There go our magic outfits How are we gonna kill the elephant now? I don't know Wait a minute That's right, I forgot I color coded them The opposite way around To full intruders What? Worked, right? It's actually very smart If you think about it Yeah, really smart We just got fried See? Aber woher soll man denn wissen Ob grün oder rot Ich glaube, normalerweise Würde sie zum Aufmachen eher grün nehmen Ach so Das könnte sein Ich glaube, ich dachte Das wäre Moenboboen I actually love cookies How come you're not here to stop What's happening now? Cookies Let's just do this You sound unhappy You can tell me what's wrong That's what friends are for No, no, nothing's wrong It's great Everything's like super great Well, I can see you're not happy You need a hug I kind of do Cody What are you doing? Let's kill her Kill me Why do you want to kill me? No, no, no We don't want to kill you We just kind of have to A little bit Das macht es besser Oh, my cutie The loving elephant I love Rose And Rose loves me I don't want to die I know But we have no choice I'm sorry No No Oh, God Oh, God This is gonna be ugly Escape Shuttle Ja, man muss für alles bereit sein So direkt einsatzbereit Oh, man, ey Das Feuer sieht doch sehr gut aus Genau Hat er getroffen Royal Cookie Claw Oh, man muss ja nicht das machen Oh, man muss ja nicht das machen We don't want to do this, but we have to We have to make Rose cry It's something personal We just need to break this spell So So Jetzt geht's mit der Front angekragen Oh, Gott Oh, Gott Das wird ja richtig jetzt Vor allem, wenn er sich die ganze bewegt Aber der läuft Wir sind im Grunde die nur auf den Positionen Da einfach lassen Und die läuft dann vorbei Oh, Gott Irgendwie tut er mir leid Ab mit ihrem Kopf Oh, Gott Oh, nein So, jetzt haben wir die Oh, Gott Oh, Gott Oh, der hält die Arme Oh, Alter Oh, Alter Alter, das Spiel ist ja teilweise schon sehr brutal, ne Freunde sollen aneinander helfen Oh Irgendwie tut es mir leid Nein, hiergeblieben Ja, irgendwie sind wir auch nicht die Guten in der Geschichte Klar wurde die verniedlicht, die Brustanität Aber trotzdem Du reißt einfach ihr Beine aus Oh, Mann 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 Ich meine, brauchst du ja eh nicht mehr, ist er eh gleich tot Oh, Mann Oh, Mann Alter, Schwede Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Achso, okay Ich schmeiße sie einfach runter Ja, wahrscheinlich schon Gott, wir sind schon echte Monster, ja Also, warum müssen, ey, ich verstehe sowieso nicht Warum bringen wir sie um? Also, das haben wir gerade schon, warum wollen wir sie töten? Ja, sie muss da Ne, wir müssen sie da runterschmeißen damit, äh, Rose das sieht Aber warum Bein ausreißen und so? Naja Schon sehr nette Eltern Ach, wollten wir sie zum Bein bringen Mhm Dadurch Und denke mal Ey, Töne des Jahres Es geht um... Ach, tissues Nicht weiter Endurch Ach, habe, choses Ich gehe Ent lớn und Ja lados Ach,風 Es geht Ja loh Ach, Oh, mein Oh, mein Oh, mein new Oh, mein The Ey, das ist Qu 밑 ön Was? Warum ist der Schmerz nicht? Ich weiß nicht! Die Schmerz sollte sein! Oh nein! Oh Gott! Wir sind so nahe! Nein! Nein, das kann nicht sein! Die Schmerz sollte sein! Was ist das? Mei, Mei! Bleib mir allein, es ist vorbei! Ich glaube, es ist ein Buch von Rose. Guck mal, Mutter und Vater. Entschuldigung, dass ich das mit Ihnen getan habe. Was? Ich weiß, wie alles gut machen. Alles, was du tun hast, ist... Ich denke, das ist es! Das ist die Antwort! Komm schon, wie wir die Schmerz? Alles, was du tun hast, ist... You're not ready for it! Ey, wie du da immer rumfandst! Thanks very much! You just ripped up our only... Take it out of here! Yes, I did! Into four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you think any book of love? Es ist halt das Book of Love. It's time to dive deeper into your soul and collect the four letter pieces! Let's go! Will ich zwei Seiten reichen? Get him! Get the letter! Nein, du weißt ja dann nicht mehr, was da auf den anderen steht und so. Oh! 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 What? Oh my God! This is abduction! No! This is Dr. Hakim's global therapy! Prepare for the rollercoaster ride of your life! Give us... The letter! Bravo! You refer to us instead of me! You are a team now! We're not a team and we don't have time for this! Time! Good man! That will be our first topic! Aha! Now! Do you give each other enough time? Okay. You know what? Er ist auf jeden Fall sehr motiviert. We don't. Yeah. Because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh! Unless you want me to clone myself? Clone yourself? Oh please! Don't be ridiculous! You think time is limitless? That's ridiculous! You have no sense of time! Aha! Cloning and no sense of time! Good insight! Yeah. That's all. Heya! Woo! Oh no! 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 You're inside! Your family is Cuckoo Clack! What? Great. Man. You wish you could clone yourself. Now you can! Oh no! Yeah! Oh no! With no sense of time? You will now be able to control time! Yahoo! Oh look at that! Yeeey he he he! He 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 he. Was ne Uhrgeil. Ha 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 ha! Ist das ich? Es ist du und ich. Das stimmt! Aber wie du siehst, du bist auf dem Parallel, nicht mit uns verbunden. Du musst folgen diese Parallel, und wiederholen sie wieder. Erinnerst du das! Wenn du erfolgreich bist, du wirst du mit deinem Versuch. Good luck! Also überdramatisieren kann er auf jeden Fall. Ja, das stimmt. So! Also ich glaube, es ist nicht der heimliche Plot. Eine Eheberatung ist offensichtlich der Plot. Ja, ja. Der Klon ist ja doof. Ich kann ja nichts machen. Der Kompi-Schalter. Irgendwie draufstehen oder sowas. Gut! Ja, ist äh... Sehr witziges Spiel. Das stimmt. Aber du kannst dich zum Klon teleportieren. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich gut. Ja. Ich muss sagen. Also... Ich war am Vogel drin. All die Mechaniken finde ich ja dann bis jetzt alle echt gut gemacht. Ja, das stimmt. Das ist oft Abwechslung drin. Wer bezahlt für dich? Ich kriege gar nichts. Hm? Nix. Ja. Na, ist auf jeden Fall cool. Macht Spaß. Ja, das stimmt. Ja, aber ein bisschen scheint es noch zu gehen. Hm... Ja, wie gesagt, so 10, 15 Stunden gehen. Dann haben wir so ungefähr die Hälfte. Hälfte oder ein Drittel, ne? Ja, ich denke mal so 12. Ich würde sagen 12 Stunden, 10, 12 Stunden wird es gehen. Ja. Wobei es für so ein Spiel schon viel ist, ne? Vor allem wenn es wirklich so bleibt, das war halt relativ viel Abwechslung in den einzelnen Köln. Ja. Das ist so ein bisschen wie Trine, ne? Äh, ja. 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 Ja, so eine Mischung aus Trine und Unravel. Was gesagt, Unravel habe ich mir gespielt. Ja, ich auch nicht, aber so was ich gesehen habe. Davon habe ich nie gesehen. Was davon. Ich kann sogar ein bisschen mehr Luft tun. Guck mal. Hm. Ist das ein Klon überhaupt? Ja. Ansonsten sehe ich ihn ja bei dir. Anni, kann ich das nicht mehr machen, okay? Ja. Na, ist das Spiel? Warum schon irgendwann weiter? Auf jeden Fall. Dancen, Dancen, Dancen. Da hab ich weg. Hier der Vogel tanzt. Oh geil. gut gut dann war es das für heute mal gucken wenn wir das dann weiter spielt morgen okay aber ich habe ich glaube ich habe morgen frei ich weiß nicht genau ich bin morgen wieder schutzgeld einträume der zeit weil ich ja immer am 27 des monats man kennt sich ja das wollte ich jetzt gucken ach so ob du morgen frei hast also ich habe auch keine nachricht bekommen hier stehen noch frei drinnen für samstag sonntag ich hoffe man das bleibt beide tage so cool ja mal gucken vielleicht gespürt ist ja morgen weiter nettes game auf jeden fall macht spaß gut dann dank dass du es gekauft hast und ich das kostenlos spielen darf ein problem hast du nicht damals auch way out gekauft und dann ist ja wieder quitt 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 pro quitte genau und ja dann bis zu dem nächsten mal tschüss bis dann tschüss und dann bis zum nächsten mal tschüss dann bis zum nächsten mal tschüss dann bis zum nächsten mal tschüss adriken aus hat b wie wie Untertitelung des ZDF, 2020